Und schon sind wir wieder da bei Let's Play Lego Harry Potter. Folgen wir mal den Geister-Studs. Ich hab das irgendwie gerade keine Lust, irgendwelche Extras zu machen groß hier. Das können wir machen. Ich gebe das nämlich Münzen. Puh. Ha, man kann jetzt hier Schüler zaubern. Hallo, ich will den Schüler da haben. Ich will den Hochzaubern. Ich will den... Nein. Ich will Wingardium machen. Warum kann ich nicht? Oh, das ist ja blöd. Kann ich nämlich sonst nicht schnappen und über das Geländer schmeißen. Ah, das geht. Normalerweise und dann gehen die da voll kaputt. Wenn wir da runter springen, sind wir auch kaputt. Und dann verlieren wir Münzen. Aber wenn da andere runterfallen, verlieren die keine Münzen. Und Harry und Ron verlieren auch... Äh, Hermine und Ron verlieren auch keine Münzen. Haben wir den schon gerettet? Anscheinend. Okay. Ich wusste das gerade nicht mehr. Sieht so aus. Gut. Ich wusste schon einige Sachen gar nicht mehr, die wir gemacht haben. Es ist einfach so lange her. Und das ist nie gut. Vor allem für mich nicht. Ich merke mir solche Sachen nämlich nur ganz schlecht. Oh, wir lernen einen neuen Zauber. Loomers. Oh, Party. Dance. Yay. Ron hat es kapiert. Och, Mann. Sieht coole Musik aus. Ja, das war doch schon ganz... Warum machst du es denn kaputt? Ja, und jetzt müssen wir das wieder richten hier. War ja klar. Ja, ich mach gleich Loomers. Naja, es macht ja auch Spaß, ne? Loomers. Power. Licht hier. Und den Schüler aufgeweckt. Das, dass das automatisch klappt, das finde ich cool. Dass ich das, finde ich, extra Wingardium Leviosa auswählen muss. Ah, ich werde in SEQ angeschrieben. Der muss jetzt warten. Let's Play ist wichtiger. Jetzt schläft er schon wieder. Uncool. Toll. Lässt sich auch nicht mehr aufwecken. Ja, 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 ja. Alles klar. Aber das mit K, das ist viel zu umstellig. Man kann auch einfach F drücken. Dann wechselt er nämlich automatisch dann... ...auf den nächsten Zauber. Hier, die Dinger, die kann man nur mit Kobalten öffnen. Also, ne? Man braucht später... ...eben ganz viele Charaktere, um irgendwas hier... ...um alles erreichen zu können. Um halt... ...hundert Prozent in allem zu haben. Zupi! Ja, da oben sieht man ein Bild, wie es aussehen muss, ne? Oh, nein! Oh! Was ja kranke ist, das würde sogar so halten, dass wir darauf laufen könnten. Naja, für später ist das nicht verkehrt, aber... So. Perfekt, es steht alles. Hips, 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 hips. Hips. Oh. Harry hängt an einem Buch fest. Weil der nicht lesen lernen möchte. Okay, er kann wahrscheinlich schon lesen, aber er will dieses Buch nicht lesen. Deswegen rennt er lieber dagegen an, um... ...anstatt... ...ja. Ähm. Oh. Yay! Hüpf, hüpf, hüpf! Und festmachen. Hüpf. Ich hüpf gerne, das macht Spaß. Und es ist nicht so langweilig, wie das rumrennt. Ach, man kann auch Finnen kaputt machen, kriegt mein Herz nicht wieder. Manchmal. Oh, warum explodierst du denn hier? Das ist ja voll unpraktisch. Also, das ist voll blöd. Man kann gar nicht alle Münzen einsammeln, die die ganzen Dinger immer verlieren. Äh, da ist ein Fragezeichen auf dem Boden. Das hört mir jetzt erst auf. Ja, man kann auch K gedrückt halten. Sieht das so aus? Nur mal so zur Info. Ah, cool. Ein Charakter. Wen haben wir geklickt denn? Mädchen. Einfach nur Mädchen. Einfallsreich. Haha. Der ist wohl kaputt gegangen. Oder umgefallen. Oder sonst was. Oh, es fehlt mir noch ein Ding. Machen wir das noch und dann... Schauen wir mal, ob wir danach noch ein Teil vielleicht machen. Ich bin heute irgendwie gut drauf. Wachse Stuhl. Yay, Party! Lumos gelernt! Und Feuerwerk! 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 Ich glaube, so richtig waren Zauberer, wie gesagt, kriegt man erst, wenn man, äh... Ja. Oh, wir haben ja noch ein paar Minuten, sehe ich gerade. Dann laufen wir noch ein bisschen und schauen mal, wo uns der Geist denn hinführen will. Ja, jetzt können wir den Geist noch überholen, weil es nämlich... Ah, können wir hier lang? Weil es scheißegal ist. Weil wir noch diese blöden, komischen Stats nicht einsammeln. Haha, Harry wurde eigentlich voll niedergedrückt. Oh, 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 oh. Jetzt würde mitz, 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 mitz. Kann hier ein bisschen rumzaubern. Kartenhäuschen! Hier fliegt es um! In meinem anderen Spiele ist das nie umgeflogen. Na, auf jeden Fall haben wir jetzt einen neuen Teil des Schlosses hier entdeckt. Beziehungsweise freie, zugänglich gemacht. Fliegt weg, meine Kinder! Fliegt weg! Oder sowas. So. Oh, darunter müssen wir. Okay, machen wir gleich. Wir spielen gerade noch ein bisschen rum. Und dann können wir gleich nochmal kurz cutten. Und dann gehen wir da runter. Oder? So. Ja, ich hab jetzt Lust, und solange ich noch nicht gestört werde. Gibt bestimmt bald Kaffee oder sowas, oder? Mir interessiert das schon. Nö, das sollte mich schon groß stören. Meine Mutter muss sich vorbereiten. Ist dann auch bald weg. Meinen Bruder müsste ich selber stellen, damit wir endlich mal den Tannenbaum hochholen. Ja, es ist ja bald Weihnachten. Und du nervst. Ja, er rennt wie wahnsinnig weg. Ich renne durch die Schule! Ich renne durch die Schule! So nach dem Motto. Oder auch, ich hab meinen Charakter starten drinne. Ah, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Ach, den Typen müssen wir mit der... Ah! Das passiert, wenn wir irgendwo runterspringen. Nur mal so. Wo steht er? Da steht er. Ja, aber du solltest eigentlich den Typen anvisieren. So, jetzt müssen wir den nämlich nicht... Ich erinnere mich wieder, wie das ging. Müssen wir den ein bisschen jagen. Dann erschreckt er sich nämlich voll vor der Schlange und wir kriegen den Charakter start. Gryffindor-Mädchen! Na, die wir steigern uns. Erst war es nur ein Mädchen, jetzt ist Gryffindor-Mädchen. Äh... Ja, das wollte ich nicht. Gut, dann... Malen wir gerade noch. Komm, mal. Wuhu! Wir sind voller Künstler. Okay, dann... Ähm... Bis gleich!